Mahlzeit, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar von Telltale Games The Walking Dead was ich schon Ewigkeiten habe und einfach nicht gepeilt bekommen habe, wie man die deutschen Untertitel hinkriegt jetzt funktioniert es und Einstellungen, weiß ich gar nicht, kann man hier schwer was einstellen, Grafik, hoch, 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 ein, okay, ähm, ach, fängt schon gut an, Gameplay, Untertitel, Wahlmöglichkeiten, kann man hier ausschalten, aha, Handlungsbenachrichtigung, Controller-Taste, Mausempfindlichkeit, jojojojo, lassen wir mal alles so, Steuerung, Dialog Scrollen, Optionen, Aktion, Figur bewegen, Dialogoptionen auswählen, jo, krieg ich hin, starten wir auch direkt da hat schon mal angefangen machen natürlich ganz neu ganz frisch und ich spiel auf standard weil ich sonst kein pilot was ich machen muss passt sich von dir getroffenen entscheidungen an ja bereits bekannt ja 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 Warum sagst du das? Was meinst du? Wir haben einen 1091 B hier in Pagan 38, in 85. Alle Autos müssen sich auf der Beine beobachten, um zu 91 B in der Region. Ah. Ich habe deinen Kass ein bisschen gefolgt. Du bist ein Macon-Boll und all. Du stammst also auch aus Macon? Du bist aus Macon, dann? Ja. Ich kam in Atlanta, um ein Stadtkopf zu sein in den 70ern. Ich wollte immer ein Mörder-Kass arbeiten. Ja, das ist das Sanatoren-Kass, du hast dich selbst verabschiedet. Mit all due Respekt. A real shame, das ist. Hell. Die ganze Familie war die Regulärer in der Folk-Drug-Store, in der Stadt. Still da? Sure ist. Gut. Die Regulärer in der Flugzeuge sind. Ich habe ein Freund da. Ich habe nach UGA-Drug-Store, dasichern sie in der Schule. Ich habe nach der UGA-Drug-Store. Du siehst da? Du, siehst du in Athens? Du, siehst du in Athens? Du willst, wie ich sehe? Ich habe da. Ich habe da viel 선택? Ich habe da. War wohl nicht das Richtige? Was ist das? Vielleicht war er unschuldig. Woah! Woah! Ich habe auch voll erst spät erst gesehen, dass da einer über die Straße wackelt. Oh! 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 Shit. Thirsty. Ah, verdammt, mein Knochen. Hm, verwende die Mio-Aus um dich umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden, okay. Hey, hey Officer, bist du okay? Ich bin immer wieder zurück. Officer? Oh, das sieht gut aus. Er wurde nicht aus dem Auto. Er ist nicht bewegend. Er muss die Handcuff-Keys auf ihm. 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 Okay. Warum hat er seine Handcuff-Keys aus dem Auto? Vielleicht wurde er aus dem Auto während der Wreck. Mhm, mhm, mhm. Tritt. Ach, Trittfenster, okay. Ah, komm, kräftig. Klappt doch. Äh. Schau auf die Tür, benutze das Maus-Rad oder die Zahlen-Tasten. Irgendeine Auktion. Okay, angucken bringt ihm gar nichts. Ach so. Okay, jetzt muss ich erst die Zahl drücken. Ah, jetzt nicht mehr. Und dann klicken, damit er das macht. Wunderbar. Okay. Besorgen wir uns erstmal die Schlüssel für die Handschellen. Da kann ich die, oh, kann ich die nehmen? Okay, erst die Handschellen. Komm. Da sind sie. Nehmen. Hopp. Na, da sind wir. Boah. Alter. Abhauen, 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 abhauen. Ah, ne Patrone. Nimm sie dir. Nimm sie dir. Ich müsste irgendwo die Schrotflinte noch liegen. Boah. Hol. Ja, bleib schön da. Wollte aber nicht. Nervouser. Nebst jugbury. HELP! Go get someone! Theres.. contacting. Komm. Woady. Wow. Okay, das werden ein bisschen viele jetzt. Okay. Hmm. Wer ballert denn da noch hoch? Aber es rettet uns erstmal den Arsch. Ist ja auch schonmal was. Sieht nicht so aus. Ah, jetzt. Ich wundere, ob jemand zu Hause ist. Okay. Da ist noch was. Ein Teeservice. Ja, direkt mal in den Kippen, wa? Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Da ist noch eine Tür. Weiter kann ich nicht. Okay. Gut, wenn du das sagst. Mach mal das. Vielleicht mal irgendwie das Bein verarzen. Was, ähm, mach's einfach auf. Küche sieht schon lecker aus. Wie, 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 wie